Christus ist auferstanden. Die Jünger aber können das einfach nicht glauben. Es ist so ungewöhnlich und so unfassbar. Die Frauen haben die Tatsache von Jesu Auferstehung schon erzählt, aber das waren ja Frauen, das konnten die Apostel doch nicht ernst nehmen. Aber jetzt erzählen auch die beiden Jünger, wie sie dem auferstandenen Herrn auf dem Weg nach Emmaus begegnet sind. Sie hören gebannt die Worte der Zeugen, jedoch mit ihrem eigenen Leben können sie das noch nicht in Verbindung bringen. Sie können das einfach nicht glauben. Geht es uns nicht ähnlich wie den Jüngern? Haben wir die Botschaft der Frauen und der Emmaus Jünger in uns aufgenommen? Können wir Wurzeln mit unserem Leben in Verbindung bringen? Jesus hat es wirklich schwer mit seinen Freunden. Vielleicht hat der Apostel das Stück gebratenes Fisches überzeugt, dass es der Herr ist, der zu ihnen spricht. Vielleicht haben sie erst verstanden, dass Jesus wahrhaftig zum Leben auferstanden ist und dass er durch sein Kreuz die Macht des Todes überwunden hat. Für die Zeugen der Auferstehung ist Jesus spürbar, greifbar, fühlbar, erlebbar, sichtbar und so ist er ja auch für uns. Denn unser Glaube ist keine rein spirituelle Angelegenheit. Unser Glaube hat Menschliches, unser Glaube ist Begegnung, er ist Zusammensein, miteinander essen, unser Glaube ist Leben in Fülle. Auch wir können Jesus körperlich erfahren, in jedem Menschen, der einem Kranken die Hand hält und ihm einen guten Dienst erweist, der ein Kind umarpt, der die Tränen der Traurigen trocknet, der seinen Kindern die Angst nimmt und ihnen Mut macht. Und bei vielen anderen Gelegenheiten kann man dem auferstandenen Herrn selbst begegnen, ihn fühlen, ihn spüren, vielleicht nicht immer, aber hin und wieder. Liebe Mitchristen, wenn wir seine Nähe erfahren, werden wir Menschen, die zum Leben befreit sind. Dann können wir gar nicht anders, als unseren Glauben und unser Glück an andere weiterzugeben. Ja, Jesus lebt und wir sind Zeugen dafür. Amen. Amen.